Heute feiern wir das Fest der heiligen Maria Magdalena. Sie ist die Sünderin, die in ihrem Leben in der Begegnung mit Jesus Heilung und Umkehr erfahren hat. Auf diesem Altarbild hier in Bonner Münster wird noch eine andere Szene gezeigt. Maria schaut den Toten Jesus an, der vom Kreuz abgenommen worden ist. Diese Begegnung unter dem Kreuz ist die Vorbereitung für die Begegnung am Ostermorgen. Eine Begegnung voller Zärtlichkeit. Rabbuni, sagt Maria zu Jesus, mein Meister. Und sie wird zur Apostelin der Apostel, zu der Frau, die die Botschaft in die Welt getragen hat.